Hey, was geht's wohl liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush, wo der Weg geht hinein zurück bei Let's Play. Pokémon Sword and Shield DLC 1, Isle of Armor. Yo, wir haben da schon eine... Wir sind jetzt in Dojo aufgenommen worden und haben jetzt schon mal eine Prüfung abgeschlossen, und zwar drei extremst flinke Fleckmon zu catchen, um damit das Dojo-Outfit von unserem Möchtegern-Mentor zurückzubringen. Der sich jetzt als aktueller Rivale herausstellt. So, und jetzt gilt es drei Diner-Pilze zu finden, die Giga-Dynamic-Sierung freisetzen könnten, wenn man daraus eine Dynamax-Suppe macht. Tja. Und diese sollen sich hier in der Kämpfergrotte befinden. Hm. Waren wir eigentlich hier schon mal? Ich glaube... Obwohl... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hm. Da haben wir Flummel. Da liegt wirklich einiges an Zeugs rum. Jetzt haben wir hier ein Feines. Einen Steinknochen. Hm. Oh, nein, wir waren hier noch nicht entscheidend an. Was denn? A Lola-Diktar! Sechs weitere A Lola-Diktar in der Kämpfergrotte. Dann ist das Augen offen halten. Und zwar gewaltig. Ein Azuril! Da muss man wirklich genau aufpassen, weil... Wir sind schon ein bisschen leicht zu übersehen hier. Sonne-Bomber. Hm. Dann schauen wir mal. Ich sehe ja keine... Da ist schon der Ausgang, aber ich sehe auch keine weiteren... Deine Pilze. Wie weit geht denn das hier, der Tunnel? Da gibt es dann auch einen anderen Weg, der weiter reinführt in den Tunnel hier, weil... Das ist schon ein bisschen kurz gerade, diese Grotte. Hm. Da wird es sicher gut umsehen, wegen dem Diktar. Ah! Da ist eins! So. Fünf weitere. Hallo? Du bist nie in dem, Herr Klamis. Kannst du ein Pokémon nicht beginnen? Nein, danke. Ich kriege da nur Informationen. Aber... Das Pokémon und die Daten... Also die Informations-Pokémon und ein Bild davon. Aber selbst kriege ich das Pokémon nicht. Hm. Einen steht jedenfalls fest. Im Fitnessmeer wird man das Pokémon nicht vorfinden. Also wird man keine Diktar vorfinden können. Also sind wir schon froh, dass wir das so in Ruhe erkunden können. Da haben wir das schon mal abgehakt. Wo zur Hölle sollten hier drei Pilze jetzt aufzutreiben sein? Hm. Ich habe bislang nur einen Loder-Diktar gefunden, aber keinen einzigen... Ach, da bin ich tatsächlich wieder zurückgegangen. Hier geht es ja noch weiter. Schau ihn an. Was bin ich denn für ein Depp wieder? Hey, merkt es. Orientierungslos. Aha. Das nächste. Noch vier weitere. Gucke ich mal, dass ich von hier alle finden kann. Ah! Da ist schon das nächste. Noch drei. Und eine TP? Gucken wir mal. Eisenschweif. Na, das ist schon mal eine anständige Attacke. Kann zwar auch leicht daneben gehen, aber wenn sie trifft, geht sie gut ab. Ist echt kaum zu fassen, dass man auch Pokémon Wild vorfindet, die man nur per Tausch entwickeln kann. Echt krass. Ich meine... Ich weiß nicht, ob er das wirklich als gut empfinden kann, weil ich persönlich, der... Jetzt vor allem hier auf der Switch... ...eine andere Switch benötigt, um da tauschen zu können, weil... Auf den drei, das ging es ja noch, weil ich mir einen weiteren 3DS... Also DS und drei, das ging es noch, weil ich eine weitere Konsole mir da leisten konnte. Aber ne... Ja, Switch könnte ich mir zwar auch leisten, aber das wäre ein bisschen zu viel für mich. Selbst der Switch leider alleine. Deswegen... Halt davon nichts. Und da bin ich vielleicht froh an sich, dass das jetzt auch getauscht der Pokémon Wild fangen kann. Dass diese Möglichkeit gegeben wird. So, es fehlt nur noch eins. Und auch immer keine Spur von den Deinerpilzen. Weil ich finde zwar die ganzen Diktor, aber... Ich habe wirklich keins dieser Getränke gefunden. Das ist doch nicht zu fassen. Ich bin zwar die ganzen Loller-Diktor, aber ich bin kein einziger... ...ren Deinerpilz. Also, wo sind die? Sollen die hier sein? Und da ist schon das Letzte. Wir haben alle. Und hier ist der Pfad der Prüfung. Ich glaube auch nicht, dass man hier Deinerpilze findet. Was soll... Was ist denn hier? Hm. Teilmantel? Also, das verstehe einer jetzt, wer will. Hm. Bin ich vielleicht im falschen Tunnel gewesen, oder? Nein. Ich muss beim richtigen Tunnel gewesen sein. Ich verstehe das irgendwie jetzt gar nicht. Hm. Nee, das muss doch der Tunnel sein. Da ist ja der Forst. Der Fokus-Forst. Hm. Ich habe keinen einzigen Deinerpilz gefunden. Alle Alola-Diktor, aber keinen einzigen Deinerpilz. Das ist echt merkwürdig, das Ganze. Ach, Aufwärm-Tunnel. Da sollte ich eigentlich hin. Gott. Naja. Aber immerhin war ich ja nicht umsonst dort, wie gesagt. Wenigstens habe ich die ganzen Alola-Diktor dort gefunden. Das hat er schon mal was, ne? Und da habe ich auch Hilfestellungen geboten für diejenigen, die vielleicht Probleme haben, sie zu finden. Na? Ist doch auch mal was. So passiert da wenigstens etwas überhaupt. Aber wo geht es denn hier zu diesem Aufwärm-Tunnel? Ja, Mini-Pilz. Das muss ein Deinerpilz sein. Aber die gibt es ja nicht. So, diesen Aufwärm-Tunnel. Aber wo soll denn dieser Aufwärm-Tunnel bitte genau sein? Hm. Da kann mir keiner einen Tipp geben. Sekunde mal. Die Karte. Vielleicht kann die mir ja ein bisschen helfen. Nee, die kann mir auch nicht wirklich helfen. Fleiß-Ebene. Hm. Hier waren wir bei der Kämpfergrotte. Und da ist der Turm des Ohrenlichts. Die Ringbucht. Hm. Ach, hier drüben ist er, hm? So, ganz schön weit entfernt. Aber hier müssen wir hin. Hm. Also müssen wir doch durch den Pfad der Prüfung, oder wie? Hier ist der Strand der Prüfung. Moment, da. What? Komm runter, da. Komm runter. Hier bin ich. Gut, gut. 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 Komm her. Nein, doch nicht du. Das soll doch nicht wahr sein. Nein. Lass mich zufrieden, ey. Dem will ich nichts zu tun haben. Hier. Gut, gut, gut. Komm her. Komm runter. Ja, hier bin ich. Was willst du? Drehst mir einfach den Rücken zu. Komm runter, da. Soll ich ihn pfeifen irgendwie? Geht das? Geht nochmal. Geht pfeife ich nochmal? Ja, komm runter, da. Ramoth. Das wurde ja schon beinahe als Legi behandelt in der fünften Gen. Dabei ist es ein gewöhnliches Pokémon. So, bleib bitte drin. Yes. Krasses Vieh. Ramoth. Boah, 7000. Alter, kann ich das irgendwie deaktivieren? Na wohl. Vielleicht lass ich das mal. Ramoth, das ist so ein Pokémon. Die weiterentwickelte Form von... Ignorwia. Ramoth wurde aus einem lodernden Kokongebot geboren. Im antiken Wandmalereien ist es als Vollgott hat abgebildet. Deswegen auch. Das ist ein echt cooles Pokémon, das muss ich sagen. Das ist halt auch wirklich sehr starke Werte zu haben. Hm. Ey! Mann, hier findet man wirklich allerlei schöne, interessante Pokémon vor. So, und... Hm. Was ist das hier eigentlich nochmal? Das ist der Ton des Wassers. Leider bist du noch nicht würdig, um seine Herausforderung zu stellen. Ich muss dich daher bitten zu gehen. Hm. Gut, es werden also dann andere Prüfungen auch noch drankommen. Ja, irgendwann wird da... Ups. Wird es reichlich an Content geboten? Aqua-Durchstoß! Ah, das klingt doch krass. Die haben wir bereits. Und wir haben ja Zauberwasser. Meine Fresse, also hier gibt es wirklich viel zu erkunden. Das wird ein Spaß, also... Ja. Das ist ein Element, das ich auch bei Pokémon Schwert und Shit mag. Dieser Erkundungsfaktor mit der Wildniszone. Weil, klar, die sieht nicht schön hübsch aus unbedingt jetzt gerade. Und auch hier... Naja. Den grafischen Boost haben sie ein bisschen mehr gegeben. Das ist schon mal Fakt. Immer noch nicht wirklich so grandios. Aber eigentlich schon ganz nett. Hm. Moment, schwimmt da ein Pokéball jetzt gerade rum? Das ist das erste Mal, dass ich ein Item hier mitten auf dem Wasser rumschwimmen sehe. Ach, nein. Das ist eine Octillery. Das ist doch so am ersten Blick aus wie ein Pokéball. Das ist doch nicht zu fassen. Warte, wie konnte ich das nur verwechseln hier? Oh, Elektroball. Auch nicht schlecht. Je höher die Initiative des Anwenders, desto stärker der stärkere Angriff. Beziehungsweise im Vergleich zum Gegner. Äh, im Kombination mit Donnerwelle ist es wirklich eine, ja, nice, ein nicer Angriff. Man braucht aber auch wirklich ein schnelles Elektro-Pokémon, um das nutzen zu können. Oder ein schnelles Pokémon, dass die Attacke lernen kann. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das auch, äh, ob das nur exklusive Elektro-Pokémon vorbehalten ist oder auch andere Pokémon lernen können. Weil, ich meine, normale Pokémon zum Beispiel können auch, äh, Donnerblitz und so lernen. Na? So ist es natürlich nicht. Das ist nicht exklusiv auf bestimmte Pokémon beschränkt. Wissen wir ja, dass, äh, bestimmte Attacken nicht auf einen bestimmten Typ, äh, ausschließlich gelegt sind. Das ist bestimmt der Attackentyp auch nicht, äh, zum, äh, zum, auch nicht exklusiv beim, vom gleichen Typen erlernt werden können. Weil ich meine, gewisse Pokémon können auch nicht gewisse Attacken von ihren Typen lernen. Das gibt's ja auch noch, das wissen wir ja. Hm. Gut, da sind wir also jetzt endlich mal bei diesem Tunnel angelangt. Ach nein, das ist die Tapferkeitshülle. Was? Wo ist denn diese Aufärmhülle, bitte? Nicht zu fassen. Da will ich jetzt nicht meine Zeit vergeuden. Mann. Das ist aber jetzt echt schwer. Wo soll ich denn da suchen gehen? Jetzt bin ich eigentlich hier wieder am Anfangsgeb... Ein, also beim Anfangsgebiet, wo ich die Fleckmon gejagt habe. Aber wozu... Wozu mein Henker finde ich denn jetzt diese blöde Aufärmhöhle? Ach. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Aber ich meine, haben wir einiges entdeckt. Also, schlimm ist es jetzt nicht deswegen. Trotzdem, aber das nervt ein bisschen. Hm. Ich frage mich ja gerade. Ich habe ja keinen Käfer-Pokémon bei mir, ne? Und ich weiß, das Glorag ist zwar recht stark. Wo ist denn ein Item? Tritt das nochmal gerade? Ach, ein Glücks... Ah, deswegen! Ja, dann kriegt der Despotar das jetzt, oder? Wer hat jetzt den geringsten Level aktuell? Ich würde sagen, ich setze mal Despotar jetzt nach vorne. Der Tunnel ist er auch nicht, ne? Ne, das ist die Kämpfergrotte. Da waren wir ja bereits. Hm. Oh, ich bin ja... Ich bin ja total falsch. Ich muss ja nochmal durch diese... Hm. Ich muss eigentlich in diese Richtung lang. Ach komm, was... Was kommt denn jetzt? Schön, dass du ein Blödeskame hast. Das ist mal gut. Oh je. Was für schon immer Zeit. Hm. Was ist los jetzt? Pff. Ich gehe jetzt mal den richtigen Weg. Ihr merkt schon. Orientierungslosigkeit. Leider Gottes. So, ich hoffe, ich befinde mich jetzt mal auf dem richtigen Weg halbwegs. Nein. Da bin ich wieder zurückgel... Mann! Das darf aber wohl nicht wahr sein. Robby, so fang ganz ruhig, ganz ruhig, ne? Oh, Achtung. So. So. Wo war denn jetzt hier der Wald nochmal? Oh. Da. Da drüben war er. So. So, da wollen wir mal einen zurückgucken. Da ist der Fokus vor. So. Und jetzt mal hier die Karte gucken. Ich müsste wirklich... hier durch... Hier durch. Hm. Hier ist zum Stand der Prüfung, nicht? Da bin ich ja schon mal falsch. Müsste ja ungefähr in diese Richtung gucken. Ui. Hm. Ich glaube... ...wär schon mal auf den richtigen Weg. Ungefähr. Ja. Und hier hinter, ne? Hier war es doch. Da ist die Fleißebene. So, und wo müsste ich jetzt... Hm. Müsste anscheinend hier... ...den Vater Prüfung bestreiten. Na ja, der Granitstein. Und... ...ist da das? Das muss ja jetzt der Aufwärm-Tunnel sein. Nein, die Kämpfergrotte. Hm. Okay. Ich glaube, doch da unten war das, ne? Oder war da auch der... ...Eingang zur Kämpfergrotte... ...und das war jetzt der Ausgang... ...die andere Seite. Diese... ...dieser Aufwärm-Tunnel ist echt schwer zu finden, ey. Ich... Ich meine... ...wahrscheinlich... ...am andere das jetzt einfach gefunden... ...und würden sich jetzt regelmäßig den Kopf schütteln. Es tut mir leid. Wie gesagt. Ich bin nicht gut in der Orientierung. Das ist doch eigentlich die... ...der Aufwärm-Tunnel, oder? Nein, das ist eher die Kämpfergrotte, wo ich schon gewesen bin. Ja. Das ist falsch. Hier brauche ich nicht lang. Ich muss woanders hin. Da muss ich von hier unten aus... ...gucken. Hm. Sekunde mal. Alter, da ist ja noch ein Tunnel. So, aber jetzt nicht, dass das jetzt der... Oh. Komm um mich. Ich glaube, das ist immer richtig, ne? Ach du Scheiße. Das sieht man... Das sieht man doch danach aus, ne? Was hast du? Oh. Hier. Dafür hat sich nur ganz selten mal ein Trainer. Ich heiße übrigens Mr. Buddel. Hast du schon mal das Buddelbrüttel... ...von den Buddelbrütteln gehört? Das sind meine Söhne. Du hast hier zufällig Rüstungssatz dabei, oder? Da ist schon... ...dies seltene Gestein... ...für das... ...die Rüstungssens bekannt ist. Wenn du mir ein paar Brocken davon bringst... ...buddel ich... ...mit meinen starken Armen... ...nehm nur jede Menge Warte aus. Das ist bestimmt kein Zufall, dass wir uns hier betroffen haben. Weißt du was? Das war das Begegnung... ...kann ich da auf Kosten des Hauses ein paar Warte ausbuddeln. Na, wie wär's? Ich nutze sofort an den Spielstein gespeichert. Dann geht gleich mal los. Wow, 5000. Nicht schlecht. Alter! Alter, wie viel Watt krieg ich denn da hier? Der hört nicht auf! Alter! Wow! 30.800 Watt! Da ist mir nicht mehr klar... ...was für ein Gantus. Bitte hört auf damit, ne? Boah, das ist schon knapp 100.000 Watt da. Das kann ich doch für was hergeben. Und... ...hab ich das jetzt richtig gelesen? Lass es mich doch mal... ...bestätigen. Das ist der Aufwärm-Tunnel. Und da ist unser erstes Alloddick davon. Und ein Kotel! Hier gibt's nur zwei. Das heißt also, der Aufwärm-Tunnel ist nicht besonders groß, ne? Kampfknochen. Und dann mal Tragosso. Und das sind doch die... Oh Mann, sind die riesig. Nicht so schnell! Was? Och ne. Ach komm, gib doch mal Ruhe! Da wachsend hat sich mehr... ...deine Pilze... ...dicht an dicht... ...wie von mir vorher gesehen. Meine Psykkräfte haben mich mit der Existenz deiner Pilze zuerst... ...werden lassen. Es ist so schön, wer zuerst... ...er spürt mal zuerst. Das ist also mir überlassen. Niemals! Mit Vernunft kommt man bei dir wohl noch weit. Du bist mir vorwarten Dornenauge. Du taub das heitere Mimmel auf. Jung und selbstbewusst. Als ob dir die Welt zu Füßen liegen würde. Du willst mir einen Stein in den Weg legen? Ha! Dann lass mich demonstrieren, wozu Psychiokartacke alles fähig sind. Er sei jetzt mal stärker, weil der hat vorher wirklich keine gute Leistung gezeigt. Das ist nach wie vor ein Fleckmon ein. Er hat jetzt drei Pokémon. Nun denn, da wollen wir mal sehen, wer hier die Oberhand hat. Der Typ, ey. Weiß nicht, was ich von dem halten soll. Gut, aber... ...da will einen Kampf keiner haben. Knirscher! Nom, nom! Und weg! Unverschämtes Früchtchen! Wagen Sie, diese Attacke erneut anzusetzen? Oh, und ob ich sie einsetzen werde? Glaub mir! Ich lass mich nicht davon abhalten. Ne, Knäuel. Da kann man jetzt mal Reflex heranlassen. Hat auch schon lange nicht mehr kämpfen dürfen. Los! Das ist jetzt wirklich nur so unterentwickelte Pokémon. Einfach bei dem Level sollten sie schon längst in der vollsten Entwicklungsstufe sein. Das ist bei Trickephalo, ist das so? Obwohl, Trickephalo, ich glaube... Naja, da braucht es noch zwei Level, ne? Ja. Okay. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Ja, und die Kappi bekomme ich wieder zurück dafür. Kadabra! Na, jetzt aber... Jetzt aber setzt doch mal... ein halbwegs anständiges Pokémon ein. Dem werden wir also noch öfters begegnen müssen. Ich bin nicht schwach. Ich werde nicht verlieren. Alter. Okay. Dann Dunkelklaue. Und... Das wär's. Ah! Jetzt wird er danach mein Pfaffdanz. Hier kommt eine elegante Psycho-Attacke! Aber trotzdem kein schlechter Schaden dafür, dass ich erstens mehr Level-up und zweitens in der Verteidigungsform bin. Da braucht er jetzt schon einen recht hohen Spitzahlangriff. So. War's das jetzt? Was man stolz wahrlich denn gegen einen Psycho-Stoß versetzt. Ich höre ein Graus. Wieso will mir einfach kein Sieg gelingt? Worn habe ich das denn bei mir? Ihr werdet so ein Pokémon entwickeln lässt, mehr Pokémon besorgst und verdient mehr Level? Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Pilzen. Ich halte aber auch schon nach Exemplaren mit etwas Eleganz. Saverius setzt Teleport ein! Der verpfeift sich einfach nur. Ich halte gleich drei Teile einer Pilze. Hallo Victor! Na, wie kommt es mit der Prüfung voran? Ein Kinderspiel. Hast du schon drei Teile einer Pilze aufgespritzt? Ach, bloß! Den Schüler habe ich bereits kontaktiert, wie es aussieht, bist du wieder mal zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein Einstieg ins Tringang laufen. Kannst du dann schon mal suchen was da auf? Ich habe einen Scheren Rückweg, bis gleich. Ich habe einen Scheren Rückweg, bis gleich. Okay, ich werde das nicht automatisch zurückgebracht. Ein Glück, weil ich will mich hier noch in den Tunnel nach weiteren Alola-Diktum schauen. Yes! Noch eins fehlt hier. Und da haben wir noch eine weitere TP. So, gib das her. Ah, Tarnsteine! Ist sowas wie Giftspitzen. So. Müssen wir aber gucken, dass ich den Kitewix in diesen Tunnel orientieren kann. Kangama! Ach, du Scheiße! Hey! Direkt vor dem Ausgang! Yes! Und das ist die Wüstensenke, hm? Interessant. Hm. Reulenhelm. Oh! Ravigator! Ein Heißorb! So, dann gib mal hier das nächste Item. Come on! Superball. Hm. Hier findet man einiges an Stuff. Aber gut, hier sind auch schon Endstationen. Uh, Schlagbohrer. Nice. Aber sonst scheint hier jetzt aktuell nichts zu sein. Aber hier gibt es auch einen Alola-Dictor. Und es ist eins. Neun! Insgesamt hier, hm? Naja, hier dürfte die Suche jetzt nicht schwer fallen. Aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht meine komplette Zeit damit verbringen. Ich meine, die Wüste ist jetzt nicht besonders groß. Weil da ist ja schon wieder der Weg zum Tunnel. Hier könnte man... Hier könnte man es also nicht so schwer haben, nur alle zu finden. Aber dem scheint es ja auch eher an der... Naja, ich glaube, mitten... Mittendrin müssen sich auch noch welche befinden. Vermutte ich mal. Hier gibt es jetzt das Item an Feuerstein. Alles klar. Leuchtsteine oben drauf. Wo hat es denn jetzt noch geglitzert? War das noch eine Tipee? Gegenschlag. Alles klar. Ja. Oder hat es noch irgendwo am Boden geglitzert? Jetzt hört das einfach mal auf. Als ob. Na gut, ich glaube, ich habe mich jetzt hier mal... Genug umgeschaut! Ah, noch ein Säckchen. Cooler Sand. Da ist auch noch was. Noch Sternenstaub. Also ich könnte das jetzt alles verhökern. So, noch ein Beläber. So, jetzt gut umschauen. Wie ich nichts übersehen habe. So, haben wir die Tipee gefunden. Ach, immerhin haben wir jetzt diese Deiner-Pilze. Okay. Das ist ja auch nicht besonders groß. So, dann... Geben wir uns jetzt zurück. Geben wir... Im Dojo... Die Pilze ab. So. Und da wird sie schon gekocht, die Deiner-Suppe. Bist du uns jetzt das Wasser schon mal heiß gemacht? Oh, willkommen zurück, Victor. Du hast die zweite Prüfung bestanden. Er hat sie den Müllstrumpf. Alle anderen Schüler haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als nach Deiner-Pilze zu suchen. Es soll schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden. Feine Fresse. Doch jetzt stärken wir uns erst mal. Kochen wir erst in Deiner-Pilze eine feine Deiner-Suppe. Sehr schön. Sie ist perfekt gewürzt. Jetzt für nur noch die Deiner-Pilze, die du mitgebracht hast. Halt einen Moment, bitte. Saverio, was ist denn los? Du bist auf dich außer Atem. Mir ist es ebenfalls gelungen, Deiner-Pilze ausfällig zu machen. Oh, das ist gut gemacht, Saverio. So viel Einsatz hat sich mal gern. Dann bist du der zweite Prüfung Nummer zwei bestanden hat. Ich hatte es vollbracht. Mein Einsatz hat sich ausgezahlt. Du brauchst auch nicht zu weinen, Saverio. Das ist prima geschlagen. Glückwunsch. Meister Inia, entschuldigt, aber ich habe zum ersten Mal eine egoistische Bitte vorzubringen. Könnte der Deiner-Suppe meine Deiner-Pilze hinzugefügt werden? Ich möchte, dass allen Genuss der Früchte meiner harten Arbeit kommen. Ach, Saverio, dein Wunsch ist leicht erfüllt. Auch wenn es keinen Fall seine erste egoistische Bitte war. Danke, vielen Dank. Tut mir leid, Viktor. Du musst bitte nicht übe, dass wir Saverio seine Deiner-Pilze für Deiner-Suppe benutzen. Aber Saverio ist selten so ernst bei der Sache. Die Geste scheint eben sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du deine Deiner-Pilze nach Belieben verwenden, okay? Und keine Sorge, das hält nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh dir drei Deiner-Pilze einfach als Bonus an. Hm. So, da. So, das war da dein Ende. Lassen wir euch die Spezialist-Masse durch die Deiner-Suppe. Ich habe einen Dohlkampf. Haut rein! Guten Appetit! Hast du Deiner-Suppe im Nu aufgegessen? Ach ja, weißt du gar nicht richtig Bescheid. Was hat Deiner-Suppe bewirkt? Du hast ja das wohl gerne. Was? Leider bewirkt sie nichts, wenn Menschen sie essen. Aber beim bestimmten Proben finden sie besondere Wirkungen. Hätten sie von solchen Proben gegessen? Die jeweils nötig Potenzial verfügen? Dann führen sie anstatt deine Mixierung und die Kiege deiner Mixierung durch, bei der sich auch ihr Aussehen vereinert. Ab jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, eine Küchelsuppe zu kochen. Wenn du deine Suppe brauchst, kannst du dir natürlich immer wieder eine Zubereiten lassen. Nun. Auf jetzt den Nausp... Äh... Posaunen. Profe Nummer zwei ist erledigt. Und? Danke fürs Lackere Essen. Danke fürs Lackere Essen. Ah, Victor. Schauspiel. Ja, bitte mal mein Zimmer vorbei. Da würde man etwas über die dritte Prüfung aussagen. Ja, bitte. Hm. Kann man das so öfters machen? Also, Glorak hat ja schon die Giga-Dine-Mixierung... Reflex! Hm. Okay, ja. Also, Reflex hat doch eine Giga-Dine-Mixierung drauf. Dino-Rides auf der Rüstung sind bestreitbar. Dino-Mix-Partikel. Und schon sprießen die Pizze im Wald oder in Höhlen aus den Böden. Ah, okay. Gut zu wissen. So, gut, dass ich das weiß. Und in der nächsten Part werden wir uns dann mit, äh... Ja, den Meister unterhalten. Und dann werden wir mal sehen, ob er uns dann die dritte Prüfung damit auferlegt. Und ja, wie immer gilt, wenn Sie gefallen wollen, seht ihr diese Bestimmungen. Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind Sie wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also, seid gespannt. Und klickt wieder rein. Oh ja. Also, wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Let's play Pokémon. Sword and Shield. Isle of Armor. Also, wir sehen uns. Tschüss, Leute.